Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu unserem Zoom-Call. Am Anfang möchten wir unseren Host heute willkommen heißen. Er hat fast 30 Jahre Erfahrung im Metier. Er hat auf den größten Bühnen der Welt gestanden. Und er ist wahrhaft mehr als nur ein Leader. Hier, heute, haben wir uns hier zu unserem Zoom-Call. Wow, was für ein Willkommen. Vielen herzlichen Dank. Gut. Zeigt mir, dass ihr hier seid. Hebt die Hände. Ich bin Gianluca Bin, CCO der Xera. Und ich freue mich heute so sehr, vor euch präsentieren zu dürfen. Denn gestern hatten wir schon ein Event in Dubai mit sehr ausgewählten Gästen, mit Mayweather zum Beispiel. Und Quantwise wurde auf den Markt geworfen. Es ist jetzt live. Ihr könnt eure Lizenzen jetzt aktivieren. Es ist einfach viel los derzeit. Und ich bin wirklich sehr froh und bin gespannt, was noch kommt. Wir leben in einer Zeit, in der Technologie involviert ist und sich weiterentwickelt täglich. Und für die 99 Prozent von uns war KI oft sehr weit weg und Technologie oft sehr weit weg. Und jetzt möchten wir es aber in eure Hände legen mit Xera. Xera möchte eben das sehr leicht machen und an den Mann bringen. Nicht nur für die einen Prozent der Welt, sondern für 99 Prozent, dass es wirklich jeder versteht und nutzen kann. Stellt euch somit dieses Investitionspotenzial vor. Tausende von Menschen, tolle innovative Produkte, Investitionspotenzial, mit der du dein eigenes digitales Unternehmen aufbauen kannst. So können wir eine Community werden und eine wirkliche globale Bewegung ins Leben rufen. Nun, deshalb möchte ich gleich den ersten Redner heute vorstellen. Er ist, er kommt ursprünglich aus Spanien, ist Entrepreneur, hat schon sehr, sehr viel Erfahrung im Netzwerkmarketing, hat von den Größten gelernt, unglaubliche Namen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Er ist wirklich, ja, er ist aufgewachsen sozusagen in dieser Branche. Und er ist ein Leader, ein Mentor und ein Coach in unserer Branche. Er bringt sehr viel Erfahrung mit sich und Insiderwissen. Er kennt sich wirklich gut aus. Er war zudem auch Dokumentarfilmproduzent bei National Geographic. Deswegen hatten wir auch ein so tolles Video zu Beginn gesehen von mir zur Begrüßung. Er war auch Programmmanager der Latin Grammy Awards und vieles mehr. Er ist ein einflussreicher Business Coach, sehr bekannt und renommierter Unternehmer über die Kontinente hinweg. Und heute haben wir ihn hier als Chief Visionary Officer. Herzlichstes Willkommen an Guaqa Buses. Guaqa, an dich das Wort. Vielen herzlichen Dank, Gianluca. Es ist wirklich eine große Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich bin wirklich sehr, sehr froh. Es ist wirklich ein harter Job, den auch du hast. Und ja, ich bin sehr stolz auf dich, auf die Arbeit, die du leistest. Wie gesagt, ich freue mich heute als Chief Visionary Officer begleitet vor euch zu stehen und euch die Zukunft von Xera zu präsentieren. Weltweit hört man von Xera, Xera ist in aller Munde und es ist wirklich die Möglichkeit, das nächste Level zu erreichen. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Familien. Ich möchte heute etwas schneller durch diese Folien gehen, denn ihr wartet sicher auf das Wichtigste, nämlich von diesem Call. Wir stehen gerade in Kontakt mit so vielen Leuten, alles wächst so schnell. Ihr seht im Hintergrund mein Büro. Es gibt einfach so viel zu bedenken. Wir möchten einfach an die Spitze wachsen, weshalb eben viele Punkte derzeit aufgebaut werden. Und die ganzen Produkte werden derzeit auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel Quantwise. Nun, kurz zu Xera. Was ist Xera denn überhaupt? Gut, einer meiner Mentor haben immer gesagt, halte es einfach, kurz und knackig. Versuche, dein Leben so einfach wie möglich zu gestalten. Dass es wirklich für jeden verständlich ist. Und ja, ich denke, dass wir circa, wir haben derzeit circa 2,2 Millionen in unserer Community und jede Minute wachsen wir und werden wir mehr. Und ja, wieso wollen denn alle zu Xera? Weil wir es einfach halten wollen. Xera ist eine Plattform, eine Community, eine weltweite Bewegung. Und es ist viel mehr als nur ein Business, ein Unternehmen. Wir sprechen von einer weltweiten Begebung, wo Menschen zusammentreffen mit einer Vision und einer Mission. Hier kann man lernen, sich Zukunft oder der Zukunft zuwenden, die Technologie bestmöglich nutzen. Und das ist diese Bewegung, die sich über die ganze Welt hinwegzieht. Heute habe ich tausende von Nachrichten schon erhalten, von den Leuten beispielsweise, die in der Früh beim Meeting online waren. Und die mir sagen, ich werde euch das kurz dolmetschen. Dieses Produkt ist wirklich die Basis, die Grundlage für jedes Unternehmen. Mit Xera, passt gut auf, haben wir wirklich das einzigartige Produkt. Ihr habt das Produkt, ihr habt die Strategie, ihr habt hier alles. Genau das sagt die Nachricht. Und der Weg zum Erfolg wird durch Quantwise kommen. Wenn ihr heute nicht alles verstehen werdet, ist das kein Problem. In den nächsten Tagen wird es viele Calls geben und wir werden es euch noch genauer erklären. Ihr müsst nur den Glauben bewahren und wirklich, ja, dieser Vision folgen. Wir sind auch Teil des Produkts, ich und Gianluca. Wir alle sind hier involviert und sitzen mehr oder weniger im gleichen Schiff. Wir sind Teil des Produkts und wir möchten das Leben der Menschen verändern. Wir möchten den Menschen lernen, wie sie ihr Leben verändern können, in die Hand nehmen können und Wert generieren können. Und ja, hier wird es so viele großartige Veränderungen geben. Deshalb freue ich mich heute. Ich bin wirklich aufgeregt, wenn ich in die Zukunft blicke. 2,2 Millionen Users, 2,2 Millionen. So etwas habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. In 35 Jahren, seit 35 Jahren arbeite ich schon in der Branche. Und so etwas habe ich wirklich noch nie gesehen, wie ich jetzt mit Xera sehe. Hier geht wirklich sehr, hier ist sehr viel los. Wirklich großartige Dinge stehen kurz bevor. Die Leaders in den USA sprechen von Xera. Jeder spricht von Xera. Xera ist in aller Munde. Wieso? Weil wir nicht nur ein Unternehmen sind, sondern eine Bewegung. Wir sind hier, um Menschen zu trainieren und deren Leben zu verändern. Und das reicht schon. Mehr müsst ihr gar nicht wissen. Wenn ihr diesem Movement, dieser Bewegung beitretet, dann wird sich euer Leben verändern. Nun, manchmal kann es natürlich sehr kompliziert werden, aber lasst uns es einfach, wie gesagt, einfach halten, wie ich bereits gesagt habe. Ganz einfach. Es ist ein MLM. Und die Community sollte nicht darüber sprechen, was wir nicht haben, sondern über das, was wir haben. Die Produkte, auf die wir sehr stolz sind. Und mit diesen Produkten könnt ihr euer Leben verändern. Zum Beispiel Layer-K. Es ist eine revolutionäre 360-Grad-Ökosystem. Es ist eine Blockchain. Und hier werden sehr viele verschiedene Produkte gelauncht werden, mit denen ihr, ja, arbeiten könnt. Und hier könnt ihr einsteigen. Und, ja, sprecht mit euren Sponsoren, mit euren Leadern. Die wissen bereits sehr viel über diese Produkte. Tauscht euch aus. Fragt einfach nach, was Layer-K genau ist, was Neo1 genau ist. Ist Neo1 eine Bank? Nein, es ist keine Bank. Neo1 ist ein natives digitales Asset-Management-System. Und das ist sehr wichtig. Das ist ein Unterschied. Es ist keine Bank. Jeder sollte das Gleiche sagen und auf dem gleichen Stand sein. Und so geht es auch. Ja, Quantwise wird euer Leben verändern. Für mich, für meine Familie und auch für euch. Ich glaube an Quantwise. Ich möchte hier, ja, sagen, dass die KI für uns arbeitet, dass Maschinen für uns arbeiten werden. Und das wird unser Leben verändern. Wir müssen nicht hart arbeiten, sondern smart und klug arbeiten. Und das schaffen wir mit Quantwise. Ja, ich freue mich wirklich, heute hier vor euch zu sitzen. Ich bin sehr gespannt auf die Vorträge, die wir heute hören. Und ich möchte, dass mein Gefühl auf euch überspringt. Ich bin so dankbar für all diese Kooperationen, für die Projekte, all diese Leute, die hinter den Kulissen arbeiten und alle Fäden ziehen. Herzlichen Dank für diese Arbeit, die ihr leistet. Und auch für die Leaders der Communities. Ich möchte hier kurz innehalten und auch euch herzlich danken. Danke, dass ihr Teil dieses Projekts seid, diese Produkte vertretet. Und ja, ich spreche direkt zu euch, euch, ihr Leader, die uns supporten, die all diesen Weg mit uns gegangen sind. Und wenn wir einen Leader sehen, der nicht aufgeregt ist, der sich hier nicht so freut, dann solltet ihr ihm besser nicht folgen. Wir haben wirklich die besten Leader in der ganzen Branche. Und das könnt ihr mir glauben, ich habe so viel Erfahrung. Wir haben die besten Leader und darauf können wir stolz sein und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass diese Leader sich zusammengeschlossen haben und uns jetzt ein Vorbild sind. Unsere Zukunft sieht wirklich vielversprechend aus und deswegen sind wir alle so aufgeregt und freudig. Vielen herzlichen Dank noch einmal, Gianluca, dass ich die Möglichkeit hatte, heute ein paar Worte an euch zu richten, an all das. Ja, ich sehe, dass sich so viele Leute noch einloggen und auch der Community ständig beitreten. Noch einmal herzlichen Dank, vielen Dank. Wir werden hier sein und euch helfen, euer Business wachsen zu lassen. Vielen lieben Dank, Gork. Wie immer sind wir ganz vorne mit dabei. Ich danke dir vielmals für deine Einleitung und für deine Worte. Alles, was wir hier teilen, ist sehr viel Kraft und Energie. Das Ergebnis, das man sich erwartet, kommt immer von dem, was man davor hineingetan hat, welche Mühe man sich angetan hat. In unserer Community sehen wir das ja auch, weil Sarah ist jetzt schon ganz vorne mit dabei, mit den Produkten Quantwise, Neo1, Layer-K. Sie sind ja alle schon sehr technologisch aufwendige Lösungen, die ihr euch aussuchen könnt. Und der Ansatz, den wir hier leiten, ist, dass wir die Energie und die Professionalität an den Tag legen, um all dieses Wissen auch zu verbreiten. Es ist ja wichtig zu wissen, worüber wir sprechen und zu verstehen, wirklich die Tiefe zu verstehen, worum es geht und worum es zum Beispiel bei Leverage auch geht, in diesem Gespräch, das ihr mit anderen Leuten dann auch führt, um das wirklich umsetzen zu können und weitergeben zu können. Der Informationsfluss muss immer weitergehen und kann auch sehr flüssig und schön an die Leute herangetragen werden. Aus diesem Grund möchte ich direkt mitten in das Thema eintauchen und mit euch über Quantwise reden. Wir haben ja sehr viel schon über die generative KI gesprochen und wir werden jetzt den Nummer eins auf diesem Feld haben. Der nächste Sprecher, der ein Jahrzehnt von Erfahrung mitbringt, aus den allerhöchsten Kreisen hier zu uns gekommen ist. Ja, er ist sehr engagiert und wir freuen uns heute, auch hunderte von Mitarbeitern hier erwähnen zu dürfen, die in seinen Projekten mitarbeitet haben. Wir sind sehr aufgeregt darüber, dass wir den CEO von Quantwise, Nikola Sindako, begrüßen dürfen. Vielen lieben Dank, Csangluka. Vielen Dank. Wie immer freue ich mich, bei dieser Präsentation teilzuhaben. Vielen Dank, Leute. Ich möchte auch gar keine Zeit verschwenden und über mich sprechen, sondern wir können das alles nachgooglen. Ihr könnt ja nachschauen, wer ich bin. Heute möchte ich wirklich über Quantwise reden. Gehen wir gleich zur ersten Folie über. Also zunächst einmal müssen wir ein paar Daten klarstellen. Vor 15 Jahren haben wir uns etwas genauer angeschaut und das war Bitcoin. Von da an ist der Bitcoin exponentiell gestiegen. Viele Leute fragen mich nach wie vor, ist es zu spät? Ist es vielleicht zu spät, in Bitcoin zu investieren? Leute, darum geht es nicht. Kryptowährungen wird nach wie vor steigen. Kryptowährungen steigen und es wird hier noch für die Welt und für die Menschheit sehr viel Potenzial geben. Es gibt Milliarden Dollar in diesem Geschäft. Nur in Bitcoin 69 Milliarden Dollar. Das ist unglaublich. Das ist spektakulär. Wir haben 62,2 Prozent Jagdwachstumsrate jährlich. Das ist etwas, wo man sagen kann, nach wie vor seid ihr sehr früh dran. Bitte auch zur nächsten Folie. Keine Sorge. Es gibt hier auch Herausforderungen. Verschiedene Ähren sind jetzt herangebrochen und wir sehen jetzt sehr viele Daten. Es geht um die verschiedenen Informationen. Wenn wir mit Leuten reden oder im Outlet zur Verfügung stehen, dann wissen wir nicht genau, wem sollen wir vertrauen, wem sollen wir glauben und was sind wirklich die Informationen, die mir zu Profit verhelfen. All dieses Wissen verbirgt hinter sich sehr viele Juwelen und Edelsteine, die uns die Chance geben, dieses Wissen zu nutzen. Man soll ja in der Finanzwelt weise Entscheidungen treffen. Am Kryptomarkt gibt es sehr viele Herausforderungen, nämlich zunächst den Markt zu verstehen, einen Markt von mehr als 300.000 Möglichkeiten. Ich freue mich sehr, das Privileg zu haben, heute den Leuten das etwas näher zu bringen, was wir analysiert haben, was wir alles für Erfahrungswerte mitbringen. Was sind das zum Beispiel für Erfahrungen? Wir waren in einer Situation, wo das, was auf uns zukam, immer einfacher war, die Makroökonomie und den finanziellen Hintergrund zu durchschauen. Das war für andere Leute aber nicht so leicht zu verstehen. Für die Professionellen war es also wichtig, all das in Segmente zu orientieren und all dieses Wissen so aufzubereiten, dass wir dann auch alle gemeinsam erfolgreich sein können, nämlich in der Kryptowelt. Und das ist der Grund, warum wir mit einer Idee gestartet haben. Auf der nächsten Folie, bitte. Die Idee, die wir hier an den Tag gelegt haben, war es die Expertise und all diese Neuigkeiten, die wir schon gesammelt hatten. Weil einige von uns waren ja schon sehr tief im Expertenbereich. Und es ging hier nicht einfach nur darum, eine simple KI zu entwickeln, einfach nur Daten zu analysieren, das alles nämlich zu automatisieren. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, die in einer anderen Kategorie arbeitet, künstliche Intelligenzsysteme, die hier wirklich ein neues Wissen an den Tag legen und euch wirklich helfen werden, auch in ihrem Netzwerk erfolgreich zu sein. Nun, worum geht es? Das sehen wir auf der nächsten Folie. Ihr bekommt hier die kompletten Informationen, und zwar in Echtzeit. Das ganze Wissen könnt ihr aus diesem System extrahieren und für euren Profit nutzen. Heute sind die künstlichen Intelligenzen trainiert aufgrund von sehr großem Datenvolumen. Es ist wichtig, dass die Leute dann auch verstehen, was die komplexen Zusammenhänge am Markt sind. Und nur mit der KI alleine können wir diese Experience, diese ganzen Erfahrungen und Wissensbereiche zusammenführen, sodass wir nicht die ganzen Daten analysieren müssen, sondern nur die wichtigen Daten für euch extrahieren, quasi das Wichtige war für uns, all das zu revolutionieren, sodass die Kryptowelt und das Training nicht so wie gestern vorläuft. Am Event haben wir ja auch schon darüber gesprochen, wir werden jetzt nicht über das Wetter sprechen, sondern das, was ihr braucht, das, was eure Ansprüche sind, um gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein. Wir wollen der Coach sein. Bitte, nächste Folie. Es ist eine Mischung aus Daten und Informationen. Daten gibt es zur Genüge. Sie müssen nur gesammelt werden. Alles besteht aus großen Daten. Was sind große Daten? Wie können wir diese Daten verwenden und wirklich damit arbeiten? Daten könnte man mit Öl vergleichen. Öl und Daten. Quantwise möchte dieses Instrument sein, um die Daten aufzubereiten. Ein Instrument, das ohne dieses ihr sehr viel mehr Zeit bräuchtet und sehr viele mehr Ressourcen, um Expertenwissen zu erhalten. Wer sind wir? Wer sind wir? Wer ist Quantwise? Wer steckt hinter Quantwise? Quantwise ist der richtige Mix zwischen Kreativität und Technologie, zwischen Menschen und Datenwissenschaften. Und natürlich auch vielleicht zwischen Freaks. Natürlich, einige meiner Kollegen sind wirklich die typischen Freaks oder Nerds, die man sich vorstellt, die in der Ecke sitzen. Aber gleichzeitig auch einen Geschäftssinn an den Tag legen. Man braucht hier Erfahrung und Expertise zugleich. Und genau das haben wir. Wir haben uns zusammengesetzt. Jeder hat sein Wissen, seinen Erfahrungsschatz mitgebracht. Und wir haben unsere Kräfte gebündelt und haben so etwas geschaffen, das es noch nie zuvor gab. Ein KI-Instrument, das es in unserer revolutionären Ära derzeit KI uns helfen kann. Wir haben beispielsweise, man kennt sie. Diese bieten uns Informationen und Daten. Durch KI wird sich die Welt verändern und der Arbeitsmarkt verändern. Und natürlich wird es weniger Jobs geben. Gleichzeitig wird es aber auch neue Arbeiten geben. Neue Berufe werden geschaffen. Und wir müssen nur sehen, dass wir auf der richtigen Seite dieser Revolution der KI stehen. Nicht auf der, wo wir den Job verlieren, sondern wir sollten das Bestmögliche aus KI nutzen. Wir sollten uns nicht davon überfahren lassen, sondern wissen, wie wir sie ausnutzen. Nun, ganz kurz über unsere Geschichte, wie alles begonnen hat mit nur einer Geschichte. 2017 hat das begonnen. Wir hatten die Idee, eine KI zu erschaffen, Machine Learning zu verwenden, um Algorithmen zu kreieren. Ja, 2019, 2021 wussten wir dann schon besser, was wir tun wollten. Und 2021 haben wir heute eben Bulls auf den Markt geworfen. Unsere Proprietary Trading Strategie. Und ja, hier hatten wir schon viele Unterstützer, die auf diese Welle aufgesprungen sind. 2021 im Oktober, entschuldige, 2022 im Oktober ging dann Crypto-TPT live mit der Strategie Bulls. Und hier haben wir getestet, ob die Strategie genauso funktioniert, wie wir es in den letzten Jahren getestet haben, in einem kleineren Rahmen. Und ja, die Ergebnisse waren einfach unglaublich. Ja, die Strategie hat genauso funktioniert und wir wussten, dass wir so wirklich das Unternehmen um diese Strategie aufbauen können. Wir haben quasi die ganzen Ideen, die zuvor nur der einen Prozent weltweit zur Verfügung gestanden, umverpackt, sodass sie nun alle der Rest der Welt verwenden kann, nämlich alle 99 Prozent der anderen. Hier sprechen wir von einer Art Demokratisierung und das möchten wir mit Quantwise schaffen. Eine Art Demokratisierung für euch, damit jeder die gleichen Chancen hat. Ein letzter kleiner Punkt. Gestern ging das bereits live und heute könnt ihr Quantwise dann tatsächlich in den Händen halten. Und es freut uns enorm. Wir sind derzeit ein Team von circa 100 Leuten. Der Himmel ist unsere Grenze und deshalb, wir wachsen weiter. Auf jeden Fall, wir halten Schritt mit unserer großartigen Technologie und wir haben hier Forscher, Risikoanalysten, Trading-Experten, ein technisches Team, Marketing, HR, ein großes, sehr buntes Team. Natürlich seht ihr vielleicht nur mich hier an der Spitze und als Sprecher, denn ich verbinde vielleicht etwas das Wissen und die unternehmerische Seite. Aber ich werde euch versprechen, dass auch andere Leute aus meinem Team bald ein paar Vorträge halten werden. Nun, unser Team hört jetzt nicht auf, nachdem jetzt Quantwise gelauncht wurde. Nein, wir sind auch ein Partner einer der größten und schnell wachsendsten indischen Universitäten, genannt CHAIN. Hier werden künstliche Intelligenzen erforscht. Und wir haben hier junge Studierende, die Quantwise in ihren Praktika unterstützen. Sie können sich direkt bei uns bewerben und das Wissen, das sie an der Universität erlangt haben, in einem echten unternehmerischen Kontext dann an den Tag legen und trainieren, könnte man sagen. Gut, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass hier eine große Chance auf euch wartet, auf der anderen Seite aber auch Herausforderungen im Raum sind. Das ist zum Beispiel eine Datenüberlastung, eine riesige Daten, die um uns herum akkumuliert herumschwirren. Wir wissen nur nicht, wie wir sie am besten verwenden können, durch einen Mangel an einem Durchblick auch. Dann gibt es noch ineffiziente Trading-Strategien. Wir sind vielleicht effizient, aber wir sind nicht ausgebildete Trader. Dann gibt es noch Herausforderungen im Risikomanagement und vielleicht auch mangelndes Fachwissen. Vielleicht sind wir Experten in einem bestimmten Bereich, in einer Branche, aber nie können wir Experten in jedem einzelnen Bereich, den es in der wissenschaftlichen Welt gibt, werden. Und hier können wir KI nutzen. KI löst diese Probleme. Und du kannst das ganz selbst einfach probieren und einfach Ja dazu sagen. Es testen und dich überraschen lassen, vom Hocker hauen lassen. Und dann verstehst du auch besser, was wir in den letzten Jahren, wie überrascht wir waren, als wir Quantwise entwickelt haben. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind zum einen eine Lernplattform. Ja, wir sprechen hier sehr viel über automatisiertes Trading, über Copy-Trading-Strategien. Wir sprechen über Marktübersichtsberichte, Marktanalysen, die Einblicke geben in den Markt, damit du dich bestmöglich auskennst, was derzeit wirklich auf dem Markt ist, welche Entwicklungen es hier gibt. Und mit diesen Informationen kannst du machen, was immer du möchtest. Du kannst hier das Beste für dich herausziehen und individuell Entscheidungen treffen, auf welcher Plattform auch immer du das dann machen möchtest. Und das ist die große Macht, die hinter Quantwise steckt. Alles beginnt mit Lernen, mit sich weiterbilden. Deshalb ist der Lernplattform-Aspekt auch so wichtig. Natürlich musst du kein Ingenieur sein. Du musst nicht verstehen, wie man ein Auto baut, um es fahren zu können. Nein, du musst nur wissen, wie man es fährt. Vielleicht musst du wissen, wie man kleine Reparaturen selbst macht. Aber natürlich musst du kein Automechaniker werden. Und das Gleiche gilt auch für uns. Du musst einfach das große Ganze etwas verstehen und dich weiterbilden. Und so wird es dir leichter fällen, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sagst du dann, ja, okay, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden, wieso jetzt der Markt sich so entwickelt. Und ja, wieso man vielleicht hier investieren sollte, weil das das nächste Juwel sein soll. Das ist das Wichtige, das Wissen und das Verstehen. Und dieses Wissen möchten wir zur Verfügung stellen und kinderleicht für dich aufbereiten. Deshalb gibt es 200 Stunden an Videomaterialien, Live-Trainings und PDF-Trainings. Wir werden hier auch monatliche Berichte zur Verfügung stellen und weiterempfohlene Assets zum Beispiel. Es gibt hier Dubs, die von Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Wir haben die für euch dann auf Quantwise zur Verfügung stehen. Und ihr könnt euch dann anschauen, was tun die. Und dann könnt ihr einfach sehen. So möchte ich das auch machen. Nächstes Mal steige ich vielleicht auf und mache das genauso. Nächste Folie, bitte. Am Ende des Tages möchte ich immer wieder den gleichen Satz erwähnen, den ich vorhin schon gesagt habe. Das Wichtigste für mich ist wirklich, was ist das neuromatische Netzwerk, das da dahinter steht. Wir zeigen euch nicht irgendwelche Bots oder automatisierten Daten, sondern diese Art von Service, die wir zur Verfügung stellen, ist ein echtes neuromatisches Trading, die ihr erfahren könnt. Natürlich ist die Basis davon immer die künstliche Intelligenz, die in Echtzeit Informationen verarbeitet. Und nächstes Mal, wir sind ja schon von Nvidia Tesla unterstützt und haben hier 40 Gigabyte pro Sekunde zur Verfügung. Das ist unsere Kapazität. Nächste Folie, bitte. Das ist eine Chance, etwas zu erfahren, das wirklich noch nie zuvor da gewesen ist. Im Krypto-Trading, wir haben jetzt ja bereits sehr viel Erfahrung und ihr seid ja ganz am Anfang dabei. Jetzt, wo wir gerade darüber reden, planen wir fürs Ende des Jahres bereits Forex-GPT voraus. Forex-GPT ist ein Ökosystem, das euch beim Devisenhandel unterstützen wird. Es basiert auf dem institutionellen Handel und wir bilden das noch weiter, so dass ihr alle auf diesen Zug aufsteigen könnt und euch da damit bewandern könnt. Es geht hier vor allem darum, dass ihr als Kunden gut aufgehoben seid. Nächste Folie. Unsere Services und Einstellungen. Die Dienstleistungen sind nämlich so aufgebaut, dass es eine Lizenzaktivierung gibt, eine Softwaregebühr, die es auch geben wird. Wir nennen sie auch eine aufgeteilte Gebühr und die Leute, die sich anmelden, werden uns helfen, das ganze Programm zu erhalten und aufzubauen. Einfach nur durch die Lizenz und durch die Erhaltungsgebühr werden hier die gesamten Ausgaben aufgeteilt werden und die Investitionsausgaben umfasst. Die ganze Zeit und das Potenzial von unserem Erfolg wird dann zu eurem Potenzial. Wenn der Benutzer erfolgreich ist, wird Quantwise auch erfolgreich sein. Das ist der Grund, warum es diese Softwaregebühr gibt. Damit ihr auf der nächsten Folie versteht, worum es geht, steht auf der rechten Seite schon die High Water Mark. Die Hochwassermarke ist ein Feature, eine, die Verfügung steht, wenn man ein gewisses Level erreicht, eine monatliche Gebühr zu entrichten hat, die aber an diesen Profit gekoppelt ist. Nur an diesen Profit. Er wird keine monatliche Gebühr mehr entrichten müssen, außer er steigt über diese Hochwassermarke und ragt wieder darüber hinaus. Davor wird keine Gebühr zu entrichten sein. Das bedeutet, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn ihr auch erfolgreich seid. Selbstverständlich wird es auch die Möglichkeit vom Compounding geben, also vom Reinvestieren von euren Profit. Ihr werdet sehen, dass das alles dann sehr schnell auch geht, eins nach dem anderen. Da könnt ihr dann entscheiden, welches Kapital möchte ich jetzt hier zuweisen an diese Strategie oder wie möchte ich diesen Profit zum Beispiel komplett schon auszahlen und abheben oder welchen möchte ich reinvestieren oder neu verwenden, um eine andere Strategie auszuprobieren. Bitte nächste Folie. Also, ich denke, dass es bei der Xera-Community sehr viel Dank auch geben wird aufgrund dieser Grundlagen, die wir hier zur Verfügung gestellt haben und euch heute vorstellen dürfen. Wir haben sehr viel über die verschiedenen Optionen gesprochen und diskutiert, wie man der Community hier am besten dienen kann. Und selbstverständlich geht es hier auch ums Monitoring und um die Discounts. Wie kann man hier Rabatte machen? Wir werden ein bisschen später dann noch darauf zurückkommen, aber zunächst stelle ich die Basisoptionen zur Verfügung, die Basic sozusagen. Und auf der nächsten Folie sehen wir die Premium-Level, der Premium-Zugang auf diese Plattform. Ihr bekommt also einen Zugang zu einer wirklich, sagen wir mal, wirklich guten Rabatten und Möglichkeiten, hier ein Premium-Konto zu erhalten für einen guten Preis. Nächstes Thema wäre für uns dann die Pansche, die hinter uns steckt. Heute sprechen wir von ungefähr 80 Prozent pro Jahr. Es geht hier um die einfache regionale Strategie, die man, in der man erfolgreich ist, dann den Profit auf die Seite legt und immer wieder, immer wieder genau den gleichen Betrag erreicht. Auf der nächsten Folie kann ich euch genauer zeigen, worum es geht. Im Oktober 2022 haben wir gestartet mit einem Investment von einer Million Dollar. Das waren eine Million, die investiert wurden in Quantwise. Und wie wir hier sehen können, haben wir den Netto-Asset-Wert, der hier gezeigt wird im Jahr 2025. Also wirklich in der Nacht von gestern. Nun fragen Sie sich vielleicht, wie funktioniert das von Xera zu den Token? Wie ist da die Verbindung zwischen diesen vielen Sachen? Nun, zunächst befinden wir uns gerade in einem Satz, das demnächst noch sehr viel mehr Liquidität in der Kryptowelt, weil unsere Firma rund um diese Strategie aufzubauen. Das ist eine Strategie, in der jeder einsteigen kann. Klickt einfach auf den Knopf und wählt die Strategie aus. Nächste Folie. Ich weiß, manche Leute wollen vielleicht noch stundenlang auf dieser Folie bleiben, aber nun können wir über etwas anderes sprechen. Nun zu unserem Broker. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Zunächst einmal der Broker, der quasi eure... Mittel schützt, heißt Binance. Das heißt, wenn du jetzt dich dazu entschließt, auf den Zug von Quantrise aufzuspringen, dann wirst du zu Unicapital verwiesen. Unicapital ist das Unternehmen, die alle, die mit Binance konform ist. Du wirst bei Unicapital einen KYC durchlaufen. Und so, dieser KYC-Prozess entspricht den Binance-Vorschriften. Dann wird Unicapital es dir erlauben, auf dem Account Geld zu hinterlegen. Und die Quantrise-Strategien können dann verwendet werden und kopiert werden. Alles innerhalb dieser Unicapital-Website. Und wie Binance es liebt, Funds are safe. Die Mittel sind sicher. Das heißt, die Mittel sind auf Binance versichert, liegen sie dort. Über 180 Millionen User vertrauen Binance bereits. mit einem 2,8 Billiarden Dollar Markt. Und das sind die Zahlen, von denen wir sprechen. Das heißt, es ist wirklich sicher. Es geht hier nicht nur um den Broker und den Broker-Link. Du wirst nicht nur diesem Broker-Link beitreten. Nein, du wirst auch einer Quantwise-Community beitreten. Einer sehr starken Community. Und du bist hier ganz vorne dabei. Ganz am Anfang kannst du bei dieser disruptiven Bewegung einsteigen. Es ist, ja, eine tolle Zahl. Es ehrt mich, wenn ich diese Mitgliederzahl sehe. Weil wir nicht nur, weil wir euch jetzt sagen können, kommt mit auf unsere Reise. Und wir haben schon so viele Mitglieder, obwohl wir noch gar nicht offiziell gelauncht wurden. So viele Menschen haben an uns geglaubt. Und das ehrt mich wirklich. Und es freut mich, dass wir eben so viel Unterstützung gefunden haben in der Vergangenheit, dass wir diese Möglichkeit ergreifen konnten und dass wir diese Möglichkeit jetzt aber an euch weitergeben können, an alle Welt weiter draußen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Teil dieses Zoom-Calls seid und mit dabei seid ganz am Anfang. Hier sehen wir einen Ausschnitt der Website. Wenn ihr wollt, ja, nehmt Teil an dieser Revolution. Herzlichen Dank, Jan-Luka, für die Zeit, die du mir eingeräumt hast. Es tut mir wirklich leid, wenn ich mich manchmal etwas verliere. Ich möchte einfach dieses, ja, jede Einzelheit weitergeben. natürlich einfach heruntergebrochen und so die meisten Menschen, so viele Menschen wie möglich erreichen. Natürlich, ja, es tut mir leid, wenn die Präsentation etwas zu lang war. Hoffentlich haben wir einige Live-Events, wenn alles einmal, ja, live geht und gesetzt ist. Herzlichen Dank, Nicola. Dankeschön. Ja, also dieser Inhalt ist wirklich großartig. Wenn man sich denkt, dass vor einigen Jahren das einfach nicht machbar war, dass ein normaler Mensch in so einen Markt einsteigen kann. Deshalb, es ist einfach die beste Technologie, der Tester NVIDIA A100, der beste Prozessor, den man sich vorstellen kann in diesem Bereich. Wirklich gigantische Power, Kapazitäten, die besten Strategien, Erfahrung in diesem Bereich und das beste Team, das hinter uns steht mit der Gruppe Quantwise. All das wird einfach gigantisch. Ihr könnt das anwenden und euren Rohdiamanten selbst schleifen, um das Leben der Menschen zu verändern. Deshalb ist es nun jetzt auch an der Zeit, unseren letzten Redner auf die virtuelle Bühne zu bitten. Ein Powerhouse in Sales. Ich habe jahrelang selbst mit ihm zusammengearbeitet. Seit 20 Jahren vorne mit dabei hat er sich renommiert in dieser Branche. Er sprengt die Grenzen und setzt die Level immer höher. Er hat größte Firmen vertreten. Er hat milliardenschwere Unternehmen vertreten und an die Spitze geholfen. Er ist wirklich ein Leader durch und durch, von der Haarspitze bis zur Zehe. Und gut, er steht heute nicht nur als Redner vor uns, sondern hat mit seiner Expertise und seinem Managementwissen hier heute viel beizutragen. Heute spricht er als Global Vice President der Xera Community vor uns. Herzlich willkommen, Werner Kaiser. Ein Applaus bitte an Werner Kaiser. Das Wort an dich. Gianluca, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich rundum. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr. Wenn man jetzt wirklich das verstanden hat, was Gianluca derzeit erklärt hat, dann versteht ihr auch, was noch möglich ist. Gestern haben wir von Nicola und Gianluca schon von diesem speziellen Event, von dem Extra-Event gehört. Es war ein sehr exklusiver, kleiner Rahmen. Und hier haben wir Menschen aus der Industrie, aus der Branche eingeladen, die schon Jahrhunderte im Trading-Bereich arbeiten und sich mit dieser Materie auseinandersetzen. Und ich habe, ja, die Reaktionen etwas eingefangen, dieser Gäste. Und sie haben gezittert. Sie haben wirklich verstanden, um was es geht. Und die waren einfach hin und weg. Gut, wir haben wirklich innerhalb kürzester Zeit gesehen, dass man von einer Million auf vier Millionen Gewinne erzielen kann. Und das ist doch wirklich unglaublich, wenn ihr diesen Graphen euch vor Augen führt. Diese Konsistenz, die dahinter steckt, egal ob Bärmarkt oder Bullenmarkt, um dieses Produkt in den Händen halten zu können, ist das doch der Wahnsinn. So können wir unsere Community wachsen lassen und bestmöglich duplizieren. Das ist quasi, dieses Produkt ist ein, das letzte Glas Wasser in einer trockenen Wüste. Mit diesem Produkt können wir Dinge erreichen, die noch nie zuvor möglich waren. Und ich mache das hier nicht zum Hobby, nein, sondern hochprofessionell. Wenn ich jetzt auf meine Erfahrung zurückblicke, all das, was bisher vor dem Launch von Quantwise geschehen ist, war nur ein kleiner Vorgeschmack. Denn all das, was jetzt noch passieren wird, wird einfach so viel größer. Das kann man sich nicht vorstellen. Und es liegt jetzt an uns. Wir halten dieses großartige Produkt in den Händen und wir müssen es jetzt umsetzen. Gut, wenn du jetzt dir Quantwise zulegst, wenn du dich bei Unicapital anmeldest und wirklich die Magie, ja, zu zaubern beginnen lässt, dann wirst du sehen, was auf dich wächst. Wer kann hier noch Nein sagen mit diesen Produkten? Ich hoffe, es versteht jeder zumindest ein wenig, wie viel Potenzial hier steht und dass ihr es nicht nur mögen solltet, sondern lieben könnt. Denn hier, wenn wir dieses Produkt jetzt unserer Community an die Hand geben, gibt es keine Grenzen mehr. Alle Grenzen sind niedergerissen. Wir müssen es jetzt nur noch umsetzen. Wirklich spektakulär. Mir fällt kein anderes Wort dazu ein. Gut, wie kann ich das Ganze jetzt aktivieren? Vielleicht haben ja das einige von euch schon gemacht, denn das System ist live und verbunden. Es ist ganz einfach. Wenn sich jetzt jemand Quantwise zulegen möchte, dann gibt es hier eine Anleitung. Man registriert sich bei 2access.io, meldet sich an der KMOL-Plattform an. Das ist unser Marktplatz. Hier kaufst du eine Lizenz, eine Software-Lizenz. Und das möchte ich hier an dieser Stelle unterstreichen. Das ist natürlich ja auch so kommuniziert. Xera ist hier in keinster Weise involviert als finanzieller Dienstleister. Es gibt keine finanziellen Handlungsempfehlungen. Nein, Xera vertreibt nur die Software Quantwise, die dann die finanziellen Dienstleistungen zur Verfügung stellt. So, du hast dir also diese Lizenz zugelegt, bekommst, loggst dich dann ein. Auf Quantwise ist es sehr einfach heruntergebrochen beschrieben. Du bekommst einen Gutschein-Code, den löst du ein auf Quantwise selbst und drückst auf Software Unicapital Broker, kreierst dann deinen Account in Unicapital. Nikola hat bereits erklärt, dass du dann den KYC bei Unicapital durchläufst. Es ist wirklich sehr schnell und sehr leicht. Du erhältst einen zweiten Voucher-Code, den gibst du in Unicapital ein, hinterlegst USTD auf deinem Account und dann kann es schon losgehen. Die Magie wird beginnen. Du aktivierst deine Quantwise-Software in Unicapital und wählst deine Strategie aus. Nikola hat ja bereits angemerkt, dass man verschiedene Strategien auswählen kann und verschiedene Bausteine wählen kann. Es gibt den Zinseszins oder die Reinvestierung. Es gibt verschiedene Level, verschiedenste Möglichkeiten. Wie du hier einsteigen kannst. Das Gute jedoch ist, dass sich die KI jederzeit gut auskennt und weiß, was zu tun ist. Eine der ersten künstlichen Intelligenzen, die es gab, war ein Chat-GPT. Ich weiß nicht genau, wie viele Bücher hier zusammenfließen, wie viel Wissen hier akkumuliert zusammenfließt in einen Kontext. Und JTBT konnte Bücher in wenigen Minuten extrahieren. Jetzt, über die letzten Jahre, ist die künstliche Intelligenz gewachsen, gefüttert worden mit Wissen. Immer weiter, immer mehr Wissen. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo alles zusammenfließt. Es ist einfach spektakulär, wie viel hier hinter diesen künstlichen Intelligenzen schon steckt, was sie alles wissen. Und sie sind wirklich unschlagbar mittlerweile. Was hier, ja, für Potenzial dahinter steckt, das könnt ihr euch nur auswählen. Es ist, ja, wirklich großartig. Selbstverständlich. Wenn wir Quantwise eröffnen, dann wollen wir nichts falsch machen. Es gibt hier Leitfäden für euch. Das wird zur Verfügung sein von Anfang an. Es gibt die QR-Codes, einen Linktree, PDFs, die man herunterladen kann, sodass man das alles lesen kann. Es gibt sehr viele Screenshots. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, dass man hier irgendetwas falsch macht. Das System, das Schritte, natürlich wird ganz interessant. Ich finde, die Suchtaten der Führungsteuerung und die Technik, und zwar, die es möglich ist. Aber jetzt, wie es funktioniert. Prinzipiell ist die Lizenz 40 Euro. Das heißt, es gibt die zusätzliche Möglichkeit, hier eine Lizenz für Quantwise zu erlangen. Das heißt, es gibt auch sehr viel Information, die hier im Hintergrund noch fließt. Das heißt, es gibt auch sehr viel Information, und es gibt verschiedene Token, die ihr dafür nutzen könnt, um diese Lizenz zu kaufen. Auf KeyMall zum Beispiel. Aber es ist auch nur ein limitierter Zugriff. Das bedeutet, dass dieses Angebot nicht die ganze Zeit oder für immer da sein wird. Alle diese Token oder Projekte wartet also nicht zu lange, weil es ist etwas sehr Besonderes. Wir bedanken uns auch bei Quantwise, bei Nikola, bei seinem gesamten Team, dass wir die Möglichkeit erhalten, das zu tun. Das ist etwas Fantastisches. Aber es ist nicht nur das, sondern das Produkt selbst ist wunderbar. Die Preise sind ja auch wunderbar. Wir können auch sagen, Quantwise muss das gar nicht tun. Diese besonderen Events und Meetings, die wir bereits abhalten, wo die Leute so viel Wissen mitbringen, können wir sagen, das ist wie das letzte Glas Wasser inmitten der Wüste. Es gibt hier keine großartigen Angebote oder Werbung oder irgendwelche Discounts, die uns gegeben werden müssen, sondern Nikolas Team hat ja auch noch mehr Zeit aufwenden müssen, um hier noch mehr ins Detail zu gehen, noch genauer zu erklären, wie das funktioniert. Das war wunderbar. Das war unglaublich. Deshalb möchte ich mich noch mal bedanken bei Nikola, bei deinem ganzen Team, für die Kooperation und dass du uns die Möglichkeiten an die Hand legst, dass alle User hier für einen unglaublichen Preis einsteigen können. Wenn wir uns diese Tabelle anschauen, sehen wir die verschiedenen Lizenzen. Es gibt Quantwise Plus, Pro und Quantwise Expert. Hier habt ihr selbstverständlich die Möglichkeit, monatlich zu bezahlen. Aber es gibt auch eine jährliche Lizenz und eine lebenslängliche Lizenz. Aktuell habt ihr die Möglichkeit, die Lifetime, also die lebenslängliche Lizenz vom Expertenniveau billiger zu erhalten. Denkt mal darüber nach. Was ist hier der große Unterschied zwischen diesen verschiedenen Lizenzen? Es handelt sich nämlich um die Softwaregebühren. Die Softwaregebühren sind dann aufgeteilt. Das heißt, hier habt ihr noch Prozente, zum Beispiel 50 Prozent, die ihr dann noch entrichten müsst. Beim Quantwise Pro sind es nur noch 40 Prozent, die an die Softwaregebühr entrichtet werden. Und beim Expert sind es nur noch 30 Prozent, die an die Softwaregebühren entrichtet werden. Das heißt, wenn ihr euch das noch ein bisschen genauer anschauen wollt, dann überlegt mal, was könnte vielleicht für euch jährlich drin sein, was könnt ihr euch da rausholen. Und wenn jemand sagt, nun, passierend auf all dem, was ich jetzt gesehen habe, liebe ich das, ich mag das, ich finde das wunderbar, ich möchte das haben, ich möchte das verwenden, dann gibt es gar keinen Grund mehr zu warten. Wartet doch nicht Wochen oder Monate, weil ein Discount ist ein Discount. Wenn das jetzt gerade eine Möglichkeit ist, dann startet gleich. Wir wollen nämlich Meilensteine erreichen. Das ist der erste Schritt. Der erste Meilenstein, den wir hier vorstellen, ist für 50.000 neue aktive Nutzer gedacht, die in Quantwise von heute bis Ende April sich einloggen werden. Ich glaube, das können wir sehr einfach erreichen, weil was wir bereits gesehen haben und beobachtet haben, wir sehen ja jeden Tag, wie sich Quantwise entwickelt und wie viele Leute zu Quantwise neu registrieren. Das bedeutet, von dem Moment an, wo ihr euch registriert und euren Account aktiviert und falls ihr in den letzten paar Jahren schon viele Beobachtungen angestellt habt, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt passieren wird und wie es weitergehen wird. Ich kann es wirklich nur empfehlen, nicht zu lange zu warten, vielleicht die Informationen auch weiter zu tragen, euer Netzwerk zu informieren. Alle Leute, die vielleicht noch gar nie von Xera oder Quantwise oder allen anderen Möglichkeiten gehört haben, könnten sehr interessiert sein, weil diese Projekte sehr vielseitig sind. Es sollte nicht lange dauern, bis die Leute die Informationen vielleicht auch von woanders erhalten. Das ist nämlich spektakulär. Also tut es einfach, wenn ihr es auf eine professionelle Art und Weise machen wollt, dann kontaktiert Leute, kontaktiert eure Freunde, weil sie werden es sonst so und so erfahren. Und wenn sie nur ein bisschen von einem Einblick erfahren, dann werden sie es nicht nur lieben, sondern wirklich überaus dafür schwärmen, was Quantwise für Möglichkeiten gemeinsam mit uns zur Verfügung stellt, was wir alles umsetzen können. Und zusätzlich dazu ist es auch nötig, uns mit den Coins und Token, mit den ganzen Discounts und den Lizenzen auseinanderzusetzen, was ihr derzeit erhaltet, was ihr nämlich zahlen werdet für die Lizenz und dann aber viel mehr daraus holen könnt als der Grundpreis, ist ja unglaublich. Bleibt also fokussiert, bleibt konzentriert. Die nächsten zweieinhalb Minuten haben wir auch noch ein Video für euch vorbereitet, das euch vielleicht ein bisschen genauer erklärt, worum es geht, was ihr zu tun habt. Und möglicherweise ist das nicht so weit weg von eurer eigenen Realität. Mit dieser zusätzlichen Möglichkeit, die wir gerade vorgestellt haben, gehen wir in eine bessere Zukunft. Vielleicht könnt ihr dann auch ein Auto kaufen, ein Familienauto. Vielleicht habt ihr das ja schon immer gewollt. Vielleicht ist das ja euer Wunsch. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, diesen Wunsch zu realisieren. Konzentriert euch. Ich starte jetzt mit dem Video. ! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 So, you have seen it. Das ist unser Hashtag. Und so könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen bis zum 30. April 2024. Basierend auf der Anzahl aller Teilnehmer haben wir dann die weiteren Schritte schon eingeleitet. Und eine Person wird dann ausgewählt von all diesen Teilnehmern. Ein besonderer Mensch, der dieses Auto dann fahren wird. Es ist ein Tesla vom Modell Y. Kostet ungefähr 5.000 Euro. Von all diesen Leuten wird es nur einer sein. Aber du könntest diese eine Person sein. Also, lock dich im April ein. Mach mit bei dieser Aktion, bei diesem Gewinnspiel, sodass du vielleicht die eine Person sein kannst. Wir werden ja auch alles tun, um dich zu unterstützen, dein Wachstum zu unterstützen. Das ist massiv. Und nur so, dass du ein bisschen mehr über Quantwise verstehst und den Inhalt noch besser verinnerlichen kannst, habe ich noch ein zweites Video vorbereitet. Es gibt ja sehr viel auf dem Markt, PDFs und alles Mögliche. Aber in den nächsten Tagen wird hier sehr vieles auch im Internet zu finden sein, sodass ihr jetzt auch versteht, dass Quantwise wirklich für 99 Prozent der Leute geeignet ist. Alle Dinge, die da noch rundherum mitspielen, hat noch niemand gesehen. Aus diesem Grund schauen wir uns das Video an. Eine Ära, die von Technologie durchzogen ist, steht einer ganz vorne dabei. Die Entwicklung der KI. Herzlich willkommen bei Quantwise, wo die Technologie von morgen auf die Leistung von heute trifft. Stelle dir diese Kraft der künstlichen Intelligenz vor, die mit allen Standards konform geht. Stelle dir eine Plattform vor, die Market Trends analysiert und aufbereitet. All das durch künstliche Intelligenz. Quantwise ist automatisiertes Trading und ermöglicht eine Lern-Community. All das mit KI. Wir glauben an Kraft der Gemeinschaft und an Weiterbildung. Wir sind das Portal, das uns zusammenbringt und gemeinsam lernen lässt. Denn das Lernen steht im Mittelpunkt all dessen, was wir tun. Und so können wir die Marktdynamiken bestmöglich verstehen. Eine Revolution der künstlichen Intelligenz, die nun mit Quantwise möglich ist. So hast du Bildungsinstrumente an der Hand, damit du den Trading-Prozess bestmöglich verstehst und selbstsicher den Markt erobern kannst. Arbeite zusammen am Fortschritt. Quantwise geht nicht nur um Trading. Nein, es ist ein lebenslanger Lernprozess, in dem du Teil sein kannst. Teil der Technologie, der künstlichen Intelligenz und des Tradings. Besuche Quantwise noch heute und leite die ersten Schritte ein. Deine Trading-Erfahrung mit Quantwise, das wird das Trading durch Technologie transformieren. Das ist das Marketing-Material, das wir zur Verfügung stellen, dass es möglich ist. Ihr Produkt auch vertreten könnt. Es gibt auch verschiedene, ja, hier verbreitet diese Events, wenn ihr hier dabei seid in Deutschland, Serbien. Hier werdet ihr überall auch spektakuläre Trainings erhalten. Die Besten eurer Community werden dort vor Ort sein, deshalb verpasst diese Chance nicht. Hier könnt ihr wachsen, eure Community aufbauen, ladet euer Team ein und zeigt ihnen, um was es bei Xera geht. Welche Produkte wir haben, welche Möglichkeiten auf uns warten, denn es hat alles erst begonnen. Wir stehen noch ganz am Anfang. Es wird noch viel größer, als wir es uns einfach wirklich noch vorstellen können. Deshalb, wir stehen wirklich derzeit noch am Startfeld, könnte man sagen, und werden bald abheben. Und das wird mit Quantwise auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Hier werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und das sind jetzt erst die ersten Events, die stattfinden werden. Am 5. und 6. April sind wir in Deutschland, München. Am 6. und 7. April sind wir in Serbien, in Belgrad. Am 13. und 14. April in Polen, in Warschau. Am 20. April in Französisch-Polynesien-Tahiti. Und das nächste tolle Land Australien am 25. bis 5. Mai. 25. April bis 5. Mai in Sydney, Melbourne, Adelaide und an der Gold Coast. Wenn ihr euch irgendwo hier in der Nähe befindet, seid mit dabei, werdet Teil, informiert eure Community, ladet euer Team ein, damit sie selbst spüren, von was wir hier sprechen. Denn wenn du das erlebst, dann wirst du es verstehen und an diesen Events hast du die Möglichkeit, das besser zu verstehen und das große ganze Bild zu erfassen. Gut. All das geht am Dienstag mit Quantwise live. Alle Zoom-Calls, alle Präsentationen. In verschiedensten Sprachen werden diese verfügbar sein. Des Weiteren haben wir noch zusätzliche Zoom-Calls. Am 2. April beispielsweise um 9 Uhr Nachmittag Dubai-Zeit in Englisch, um 10 Uhr in Spanisch. Beide werden von Diego Endritzi durchgeführt. Diese solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ladet hierzu Leute ein. Denn ja, es wird einfach fantastisch. Diego kann ganz wunderbar erklären und Informationen überbringen. Und das wird euch sicherlich helfen, eure Community stark aufzubauen. Verpasst diese Daten nicht. Schreibt sie euch gleich in den Kalender. Verpasst diese Zoom-Calls nicht. Am 3. April sind wir um 9 Uhr Nachmittag Dubai-Zeit. Gibt es einen englischen Call, um 10 Uhr einen deutschen. Diese werden von mir durchgeführt. Am 4. April wieder von Diego um 9 Uhr Nachmittag in Englisch, um 10 Uhr in Spanisch. Am 5. April um 9 Uhr Nachmittag Dubai-Zeit Englisch und um 10 Uhr Deutsch. Und wiederum von mir. Also alle Hebel stehen auf Go, auf Los. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Teil dieser Bewegung zu sein. Was das nun für euch persönlich für die nächsten Jahre und Monate bedeutet, liegt ganz in euren Händen. Wenn ich jedoch einmal rückblickend zurücksehe, dann weiß ich einfach, dass wirklich unschlagbare Möglichkeiten hier in unseren Händen liegen und wir wirklich groß wachsen können. Es ist einfach die Möglichkeit, noch größer zu wachsen, als du es je erahnt hast. Lass das Momentum wachsen und informiere die Leute um dich herum, was hier passiert. Nicht nur mit Xera, sondern auch mit den Produkten wie beispielsweise Xera und lass die Wunder geschehen. Vielen herzlichen Dank für all das, was wir heute gesehen haben. Dieses Wachstum. Ihr seid der Wahnsinn. Die Leute überall kommen zu uns. Wir wachsen täglich, weil einfach jeder versteht, wie großartig Quantwise ist. Und hier ist die Duplizierung einfach der Schlüssel, was wir hier erleben. All das, was in den letzten Jahren passiert ist, zeigt in die richtige Richtung, nämlich nach oben. Und wir werden bald ganz nach oben starten. Wir können wirklich dankbar sein. Und ich hoffe, dass diejenigen verstehen, die verstehen sollen. Vielen Dank noch einmal, dass ihr heute da wart. Einen tollen Abend wünsche ich euch. Oder einen guten Morgen, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und vergesst mir, ihr seid gut genug, intelligent genug. Und ihr schafft es. Ihr könnt alles schaffen. Ihr könnt euer Leben und das Leben eurer Familie in euren persönlichen Traum verwandeln. Das ist möglich. All das ist möglich. Und all das liegt nur an euch. Es ist auch bestimmt möglich in einer kurzen Zeitspanne. So schnell, wie es noch nie möglich war. Hoffentlich bis bald in einem der nächsten Events, in einem der nächsten Zoom-Calls. Verpasst diese nicht. Schritt für Schritt gehen wir nach oben. Heute ist ein historisches Datum, auf das wir wirklich stolz seien, dass wir hier Teil waren, Teil gehabt haben. Nur das Beste für euch. Einen schönen Abend. Was wir aktuell sehen, ist etwas Unglaubliches, eine paradigmische Veränderung auf der Welt. Ein einzigartiger Ort, an dem wir unsere Kompetenzen ausüben können und verschiedene Communities zusammenkommen. All das mit den allerbesten Produkten und Dienstleistungen. Die Blockchain, Doktorisierung, Immobilien, Sport, Luftfahrt, künstliche Intelligenz, E-Learning und Hardware und vieles, vieles mehr. All das kann man zusammenführen. Und so kannst du eine neue Entität aufbauen, die mit Wachstum zusammenhängt und direkt in die Zukunft geht. Tausende von Menschen haben bereits den Schritt gewagt. Sie haben sich bei XERA angemeldet. Worauf wartest du? Die Die Rekordung wurde verletzt. Die Rekordung wurde verletzt. Die Rekordung wurde verletzt.